Wie viele Stufen hat Minz schon verloren? Äh, vier. Oh. Au. Hat schon mal besser geklappt. Aber noch nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Die Siegerin ist schon erledigt. Äh, ja? Ich warte auf euren Befehl. Ich warte auf euren Befehl. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Eine Verteidigungskoordination würde auch helfen. Ich helfe, wo immer ich kann. Dann natürlich ein Tor. Richtig. Was immer ihr wünscht. So. Okay. Raus aus der Giftwolke. Denken wir sie mal mit einem Lindwurm ab. War noch besser mit einem Erd-Elementer. Das ist Minz da oben? Nein, das ist die Jägerin. Okay. Gut, rufen wir eine neue Deva vielleicht mal. Das hier ist nie, was ich war. Mach! Hm. Fühlt mich an, mein Freund. Hm. 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 Das war Airy, weil Airy gegen das blöde Friesen mit den vielen Säbeln gekämpft hat. Beziehungsweise es hat auf Airy eingeprügelt, wenigstens gut ist. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier bessere Schlaggugeln ausgerüstet. Ich helfe wo immer ich kann. Ich gebe zu, die sind stark. Ach ja, ich weiß was. Dass immer irgendwie Minsk trifft. Wenn ich ihn mal mit kaunischem Befehl schütze. So. Okay. Ja, die ist echt nervig. So, ja, hier. Okay. Nein, er ist das große Vieh. Okay, es ist sehr schnell down gegangen. Okay, es ist auch sie down. Oh, ein Diamant. Noch ein Diamant und eine zweite Wunschschriftrolle. Ah. Yay. Und scheiße. Aber trotz, dass ich einfach im Schwierigkeitsgrad war, war die viel zu stark. Von daher. Hey, ein Sternsaphir. Fehlen nur noch vier. Königsträne. Chaosphäre. Habe ich bereits. Habe ich auch bereits hier. Taralash. Fähle ich keinen Bewegungshempo des Trägers. Erhöht sich plus zwei. Hm. Handschuhe der außergewöhnlichen Fertigkeit. Der Träger erhält einen halben Angriff pro Runde. Etw minus zwei. Schaden plus zwei. Kämpfer, Paladine, Waldläufer. Hm. Ja, der da wird aufgehoben. Ja. Euer Wunsch ist mein Begehr. Äh, ja? Hm. 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 So, erst mal das wegmachen. Dann wieder den Schwierigkeitsgrad runterstellen. He, he, he. Stufenausstieg als Magierin. Stufe 1 und 8. Immer noch keine neuen. Einen Trefferpunkt einsagen konnte. Attribute. Energie klingen. Elementarschwarm klingen. Wir nehmen den Elementarschwarm. Einverstanden. Ich habe Irrgarten und ich benutze es nicht. Ernsthaft. Hm. Okay. Fragt nur. Manchmal bin ich echt sehr, sehr schlau. Ich warte. So. Eigentlich wollte ich nicht hier rasten. Ja. Aber ist ja auch egal. Ja. Ja, danke, dass ich eins, ins Einsprengste durfte. Ja. Zeig mal. Eiger Rächer. Ja. Ich liebe dir diese Keule. Bumm macht sie. Vielleicht könnte ich sie noch größeres Bumm machen, wenn ihr einen Ring der Feuerresistenz um 500 Goldnützer einsetzt. Soll ich loslegen? Äh. Nein, was könnt ihr noch anbieten? Ich habe dennoch Rezept für Irrgarten, muss man sich vorstellen. Ihr braucht nur 5000 Goldnützer und ich kann die Schneider besser machen. So gut, wie man eine Schneider eben machen kann. Ja, gut. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden. Wunderschön. Sispena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden wir, die wir sammeln. Oh, schade, plus 5. Äh. So. Das heißt, die Schneider kommt schon mal ins Abstellfach. Jetzt wegen dem Feuerschutzring. Ach, das wäre der hier. Ne, den möchte ich dann eher doch nicht opfern. Jedenfalls nicht im Augenblick. Das heißt, die Keule der Detonation kommt mit dem Sternsaphir in die richtige Truhe. Und Sispena, was können wir noch machen? Einiges Rächer. Stumme Schmiedenarbeit. Flegel. Buch. Ein Buch. Ein Buch. Hm, hm. Nichts. Nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. War nicht was mit dem. Und ja, welche Edelsteine brauchen wir doch mal für den hier? Sespina stolz. Ja. Welcher Schwert. Ja, Helebarde, Schlangenschaft. Dann mach mal. Ja. Ich bin so glücklich bei euch zu sein. Es ist mir lagier, dass wir so großartige Zeiten vollbringen würden. Wüter plus sechs. Durch die Kombination mit dem Schlangenschaft verfügt diese bösartige Helebarde nun über die Fähigkeit, einen Gegner mit einem einzigen Schlag zu töten, außer es handelt sich um einen Gegner, dem der Verdust des Kopfes nichts ausmacht. Der Krieger hat dann zweimal täglich Mandel der Feuchtwirkung. Fähigkeit im Kampf. Jeder Schlag verursacht zusätzlich 3W6 SP durch Gift. Außerdem auch vergelingt ein Rettungswurf gegen Gift. 10% aller Treffer köpfen den Gegner. Böse. Hast du Helebarde? Ja, du hättest Helebarde und du hast natürlich Helebarde. Aber du hast auch Speer. Und der Daun ist sehr mächtig. Also Helebarde für dich. Geheiligtes Rächer-Schwert, bis wir das upgraden können. Bzw. bis wir das upgraden können. Und das da ist der Ausgleicher. Das war ein Langschwert. Das heißt, der kommt mal weg. Und du kriegst das böse Teilchen hier. Ich war, was möchtet ihr? Äh, Sespiner. Sespiner stolz. Zeig mal. Heiliges Rächer-Schwert. Tumme Schmiedearbeit. Pflege. Was haben wir denn da? Buch. Buch. Handschuhe. Diamant, Saphir, Smaragd und ein Schurkestein. Du musst etwas hier drin haben. Ähm, ähm, nichts. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Das heißt, die Handschuhe lege ich mal an. Die da können in die Truhe. Also, ich brauche einen Diamanten. Ein Saphir. Ein Smaragd. Habe ich ein Smaragd? Nö. Königsträne. Das heißt, das hier sei es verkäuflich. Was ist mit dir? Kann ich verwertet werden von Diemen, Ruinen, Klerikern, Magiern. Okay. Das heißt, du kannst auch mal weg. Mhm. So, und da kommt jetzt rein das, das und das. Fragt nur, keine große Herausforderung. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier zurückkehren, dann das Zeug verkaufen und dann in die letzte Ebene gehen, machen wir einen Cut. Das ist jetzt dann LP 016 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt noch mal weg. Das ist jetzt noch mal weg. Das ist jetzt noch mal weg. Vielen Dank.